Das ist Frau Blume. Sie ist sehr glücklich. Sie hat erfahren, dass sie schwanger ist. Doch jetzt hat Frau Blume viele Fragen. Wo beantrage ich Kindergeld? Muss ich mich schon um einen Kita-Platz kümmern? Wann spreche ich mit meinem Chef über die Schwangerschaft? Frau Blume fühlt sich etwas hilflos. Das ist Familie Yilmaz. Die Töchter Elif und Fatma gehen in die Schule. Doch nun stehen die Sommerferien vor der Tür und Frau und Herr Yilmaz suchen dringend eine Kinderbetreuung. Da sie beide berufstätig sind. Doch wo finden sie schnell eine gute Betreuung? Frau und Herr Yilmaz sind ratlos. Frau Blume und Familie Yilmaz können aufatmen. Ihre Arbeitgeber haben den Beratungs- und Vermittlungsdienst Kinderbetreuung des PME-Familien-Service engagiert. Sie wählen die Nummer der kostenfreien Hotline. Die Fachberaterin berät Frau Blume und Familie Yilmaz ausführlich zu den Betreuungsmöglichkeiten. Je nach Situation vermittelt der PME-Familien-Service Krippen- und Kita-Plätze, Au-pairs, Babysitter, Kinderfrauen, Tagesmütter und Väter, Nachhilfelehrer, Ferienprogramme, Haushaltshilfen und sogar eine kurzfristige Notbetreuung. Vertrauen ist wichtig. Alle vermittelnden Betreuungspersonen sind nach PME-Qualitätsstandards geprüft. Mithilfe der Fachberaterin weiß Frau Blume nun, wann sie am besten mit ihrem Chef über die Schwangerschaft spricht und wo sie finanzielle Unterstützung beantragen kann. Die Fachberaterin begibt sich auch auf die Suche nach einem Krippenplatz ganz in der Nähe von Frau Blume. Für Ellef und Fatma bucht sie Plätze im Ferienprogramm des PME-Familien-Service. Familie Yilmaz und Frau Blume sind froh zu wissen, dass sie jederzeit die kostenfreie Hotline des PME-Familien-Service anrufen und sich beraten lassen können. Und das Beste daran? Ihre Arbeitgeber übernehmen die Kosten für die Beratung und Vermittlung. PME-Familien-Service – seit über 25 Jahren Ihr Ansprechpartner zu Fragen der Work-Life-Balance. PME-Familien-Service